Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen. Begrüßen Sie mit mir Rainer Kraft. Rainer Kraft ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktion der AfD, promovierter Chemiker. Das hat man ja bei anderen Parteien nicht so. Er ist Sprecher für Nuklearpolitik und Nachhaltigkeit. Herr Kraft, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, schönen guten Tag, Herr Weber. Und schönen guten Tag allen, die jetzt hier zuschauen. Nun haben wir seit ein paar Wochen oder Monaten das Thema Atomausstieg. Das betrifft das Ministerium von Herrn Habeck und Frau Lemke. Frau Lemke ist im Bereich Bundesministerium Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit, auch ihr Thema Verbraucherschutz. Nun ist ein Untersuchungsausschuss eingeleitet worden. Warum? Der Untersuchungsausschuss ist eingeleitet worden, weil der Verdacht im Raum entsteht. Ich halte ihn für nahezu schon erwiesen, aber okay, das wird der Untersuchungsausschuss zeigen, dass sowohl im Ministerium von Frau Lemke, also dem BMU, Bundesverwaltministerium, und im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck die Fakten, die die Frage der möglichen Laufzeitverlängerung mitten in der schweren Energiefrise 2022 der Kernkraftwerke betreffen, dass sie in diesem Ministerium gefälscht worden sind und dass falsche, erfundene Behauptungen von Robert Habeck in Umlauf gesetzt sind. Er hat somit die Koalitionspartner belogen, er hat das Parlament belogen, er hat das deutsche Volk belogen, in dem, was er und Frau Lemke seinerzeit eine offene, ehrliche Prüfung bezeichnet haben. Herr Kraft, das Ganze setzt sich hier irgendwo fort. Wir haben sehr viel berichtet mit dem Kollegen Sichert Corona. Wir haben von der Europäischen Arzneimittelagentur berichtet, wir haben hier von damals Jens Spahn, dann Lauterbach berichtet. Sieht man, dass hier die Ideologie und der politische Wille wohl im Vordergrund stand, anstatt letztlich die Wissenschaft entscheiden zu lassen? Ich sage ja, auch wenn natürlich diese Frage vom Untersuchungsausschuss geklärt werden muss. Und ich glaube, man sieht auch einen Effekt, der hier passiert. In der Vergangenheit, ich glaube, man hat es bei Corona sehr gut gesehen, gibt es eine selektive Auswahl, welche sogenannten Experten ein Ministerium zurate zieht, welche man ignoriert, welche man außen vorlässt, um dann die eigene Meinung mit dem Rat dann dieser Experten nach außen zu bringen. Wenn wir aber das, was im Bundesumweltministerium und Bundeswirtschaftsministerium passiert ist, noch einen Schritt weiter gehen, dann haben sich diese Minister anscheinend diese Mühe nicht mal mehr gemacht. Sie haben sich nicht mal mit Stichwortgebern umgeben, sondern sie haben die fachliche Meinung der hauseigenen Abteilungen, die zum Beispiel für nukleare Sicherheit zuständig sind, einfach umgeschrieben. Sie haben sie einfach ignoriert und umgeschrieben, so wie sie es gerne haben wollten und haben dafür eigentlich auf jede Form von Expertise noch verzichtet. Es ist wirklich, man gibt sich nicht mal mehr das Mäntelchen oder den Anschein davon, dass man irgendeinen Experten zur Rande zieht, auf dessen Wort man vertraut, sondern man befördert gleich die eigene ideologische Meinung. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir uns hier angetan. Sie sind promovierter Chemiker und haben auch in der Welt umhergekommen. Wenn man diese kleinen Schlagzeilen hier liest, warum der Untersuchungsausschuss nochmal aufgenommen wird, Tagesschau, wenn wir hier die Frankfurter Allgemeine lesen, Atomuntersuchungsausstattung nimmt Arbeit auf, dann ist es zwar eine Berichterstattung, aber überlegen wir doch mal, was es für dieses Land bedeutet. Sind die Schlagzeilen da nicht recht gemäßigt? Und wenn das an der Kolöwe, nehmen wir mal an, Sie wären an der Macht und hätten umgekehrt solche Entscheidungen getroffen. Herr Kraft, ich glaube, Sie würden so gedemütigt werden und medial belangt werden, dass Sie irgendwann sagen, das halte ich nicht mehr aus, ich trete zurück. Gibt es das heute nicht mehr? Man sieht tatsächlich, dass es in eine absolute Zweiklassengesellschaft driftet. Es gibt diejenigen, die von der Presse hart angegangen werden, unterhalb der Gürtellinie. Alles wird ans Licht gezogen, alles wird politisiert. Und da gibt es das Gegenteil von Leuten, die sich de facto alles erlauben können. Und sie finden für alles einen Entschuldiger, einen Relativierer. Irgendeinen, der sagt, ja, das große Ganze, der Zweck heiligt die Mittel und so weiter. Und ich glaube, das ist keine Form von Journalismus, wie wir sie brauchen. Ich glaube, wir brauchen einen Journalismus, der seine Aufgabe als kontrollierende vierte Macht im Staat wahrnimmt und jeden, also wirklich jedem auf die Finger schaut und auf die Finger klopft, der hier ein Fehlverhalten an den Tag legt. Und Sie haben die Fälle herausgeschrieben. Es geht darum, dass wir am Vorabend der großen Energiekrise, die wir in der Nachkriegszeit überhaupt je gehabt haben, drei wunderbar funktionierende, abgeschriebene Kernkraftwerke entsorgt haben, mit zusammen über vier Gigawatt Leistung, die Milliarden an Kosten für den Staat einsparen hätten können, die dazu geführt hätte, sehr viel weniger Gas einzukaufen und zu verstromen, indem das in Gaskraftwerken verbrannt wird. Also es wäre aus volkswirtschaftlichen Sinn, in volkswirtschaftlichen Sinnem Milliardenwert gewesen, diese Kernkraftwerke weiter zu laufen, laufen zu lassen und sie eben nicht abzuschalten. Und da sieht man, welchen Stellenwert die eigene Ideologie für diese Minister hat, dass ein paar Milliarden Volksvermögen hier schon gar keine Rolle mehr spielen. Nun, ich sagte, das Thema Chemie, Sie sind dort promoviert. Der Vorsitzende von Chemie sagte, der deutsche Standort wird sich pulverisieren, wird sich auflösen. Das waren seine Worte. Fürchten Sie das auch, dass Bayer und andere aufgrund der Energiekosten Deutschland verlassen werden? Also diese Aussage ist ganz aktuell in der Welt gefallen, in einem Interview. Fürchten Sie, dass diese Situation eintreten wird? Ich habe sie auch gelesen, dieses Statement. Ich bin auch der Meinung, dass das so passieren wird. Das ist einer der Motivationsgründe für mich, tatsächlich in die Politik gegangen zu sein. Denn der Erhalt der Wirtschaft entspricht dem Erhalt des Wohlstandes, unseres Lebensstandards, unserer Lebenserwartung und andere Dinge. Und das steht meines Erachtens in keinster Weise zur Disposition. Die Grundbedürfnisse für eine funktionierende Wirtschaft und für den funktionierenden Chemiestandort, der hier angesprochen worden ist. Das ist die Bereitstellung von preiswerter Energie. Und in diesem Punkt versagen, ja, nicht nur die jetzigen Regierungen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, auch die vorliegenden Regierungen haben in diesem Punkt schon eklatant versagt. Und deswegen, ich befürchte es, so leid es mir tut, dass dieses Statement richtig ist und dass es sich bewahrheitet. Und fast jeden Tag, jede Woche kann man in entsprechenden Wirtschaftszeitungen die entsprechenden Nachrichten von renommierten Unternehmen lesen, dass sie wieder Stellen abgebaut haben, einen Standard verlagern, Investitionsentscheidungen woanders treffen. Und das sind ja auch nur die prominenten Unternehmen. Die nicht prominenten, die tauchen in den Zeitungen ja gar nicht mal auf. Ja, die Situation ist bedenklich. Wenn wir aber dann nochmal die Vorsitzenden hören und auch die Gewerkschaften, die jetzt aufrufen, deren größte Angst es ist, dass die AfD hier Machtansprüche auch umsetzen kann und dass der Standort Deutschland gefährdet wäre durch die AfD, erklären Sie mir diese geistigen Vorstellungen, die ja jetzt mal völlig neutral betrachtet. Wenn ich mir die Ist-Situation anschaue, da ist Deutschland als Industrienation abgerutscht. Aber wenn ich mir diese Aussagen anschaue, die sind doch fern jeglicher Realität. Das ist richtig, aber da müssen wir die persönliche Motivation betrachten. Für einen Gewerkschaftler ist es eigentlich ganz egal, ob ein Arbeitsplatz wertschöpfend ist oder ob der vom Staat bezahlt wird. Und wir sind auf dem Weg dahin, dass der Staat Robert Habeck eigentlich nur noch seine Wunschindustrien haben will und dazu bereit ist, jegliche Form von Subventionen aufzubauen. Ob das jetzt ein subventionierter Hochhof ist mit zwei Milliarden Euro oder ein subventioniertes Solarwerk oder ein subventioniertes Batteriewerk oder eine subventionierte Wasserstoffelektrolyse. All diese Arbeitsplätze hängen wieder bei der Gewerkschaft. Das heißt, für einen Gewerkschaftler ist es vollkommen egal, ob das ein wertschöpfender Arbeitsplatz ist oder ein vom Staat unterhaltener. Für den Gewerkschaftler ändert sich da gar nichts. Aber wenn wir das Ganze volkswirtschaftlich betrachten, dass wir sagen, das Geld, das so generös verteilt wird, das muss irgendwo mal herkommen, dann wissen wir oder wir sehen es ganz klar, dass Geld als ähnliche Ressource irgendwann ausgehen wird, wenn es von Robert Habeck nur noch in Wirtschaftszweige gesteckt wird, die er gerne sehen möchte, die dann wirtschaftlich gefördert werden und alles andere kann dann gehen. So wie es Robert oder Patrick Reichen, sein ehemaliger Staatssekretär, auch mal gesagt hat. Die energieintensive Industrie, die kann halt dann gehen. Das war das Zitat damals vom Staatssekretär. Und deswegen, es gibt immer Gewinnler in jeder Krise. Es gibtjenigen, denen es egal ist, wie gewirtschaftet wird, weil sie eigentlich am Topf des Systems hängen. Und die haben dann natürlich ein Problem mit denjenigen, die die politischen Verhältnisse verändern wollen und dann zu einem Wechsel dieses Systems beitragen. Und die auch auf die Punkte hinweisen, dass dieses System der Wohlstand in Deutschland gefährdet ist. Weil dann stellt sich die Frage, was hat der Herr Gewerkschaftler in den letzten Jahren eigentlich getan, wenn er passiv daneben gestanden ist, während die Wertschöpfung für den deutschen Arbeiter und den deutschen Angestellten verschwunden ist. Diese Frage stellt sich, und hier stellen sich sicherlich Parallelen, die müssen nicht deckungsgleich sein, zur ehemaligen Wirtschaftsnation, der Unterschied zwischen sozialer Marktwirtschaft und Planwirtschaft in dieser Richtung. Das erkennen wir. Jetzt lassen Sie mich zum Schluss des Interviews noch darauf kommen. Es gab ja schon mal einen Verrückten, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist reichlich schiefgegangen und hat Millionen von Menschen Leid gebracht. Wenn wir jetzt sehen, ist Deutschland schlauer als andere, als zum Beispiel Finnland, Frankreich, die gesamten Ostblockländer, die in der neuen Form von Reaktoren, in neue Formen investieren, die Vereinigten Staaten investieren. Wir haben 178 Lehrstühle für Genderforschung und sieben oder acht für Kernforschung. Sind die anderen dümmer wie wir? Die Frage kann man beantworten. Nein, die anderen sind nicht dümmer als wir. Ich glaube aber, dass das Hypermoralisieren, dass es in anderen Nationen nicht stattfindet, sondern dass man von einer natürlichen Form von Pragmatismus geprägt ist. Sie haben Finnland angesprochen, dass in Finnland man einen sehr pragmatischen Umgang mit der Kennedygehen hat, übrigens auch mit der Endlagerung. Also die Finnland haben... Finnland grün, grün, dürfen wir nicht vergessen. Ja, die Grünen befürworten das, was in Deutschland von der gleichen politischen Richtung abgelehnt wird. Aber das Endlager in Finnland hat 3,5 Milliarden Euro gekostet. Die deutsche Kerntechnische Industrie hat den Fonds für die Endlagerung und 24 Milliarden Euro eingezahlt. Und trotzdem glauben die jetzigen, dass sie das in 100 Jahren und mit den 24 Milliarden nicht schaffen werden, was die Finnen in 20 Jahren mit 3,5 Milliarden geschafft haben. Also vielleicht sollten die Deutschen sich vom Hypermoralis, muss man wieder auf die Deutschen tun, denn zurückziehen und einfach mal schaffen und tun und Probleme lösen, anstatt sie immer nur verlängern zu wollen und dann zu partizipieren und zu profitieren an der Verlängerung eines Problems. Denn wir haben ungefähr, glaube ich, vier bundeseigene Anstalten und Agenturen, die sich nur mit der End- und Zwischenlagerung beschäftigen. Und in jeder gibt es einen Vorsitzenden, einen gesamten administrativen Unterbau und Leute, die auf den Feierabend warten, während sie kein Endlager bauen. Ich komme jetzt noch auf die EU, die Förderung der Atomenergie. Das ist ja auch zwiespältig. Die Grünen feiern jetzt Frankreich. Sie werden sich umschauen, was dort passiert. Das heißt also, ein Linksextrem, der stellt jetzt die Machtansprüche. Es wird sich alles zeigen. Das Leben bringt es so mit sich. Die Tage der Politik werden das zeigen. Aber die EU spricht sich für Fördermaßnahmen aus, was die Atomenergie angeht. Deutschland, nein. Was sagen Sie dem geneigten Zuschauer, der jetzt sagt, Moment, wir haben dort die EU, wir haben einen Green Deal und wir haben Deutschland. Ist dieser Widerspruch zu erklären? Der Widerspruch ist wieder nur mit Ideologie zu erklären. Und an dieser Stelle müssen wir auch mal das gesamte CO2-Dogma hinterfragen. Wenn denn CO2 das wirklich Schlimmste ist auf der Welt, dann müssten wir doch jede Technologie, die CO2 vermeidet, mit offenen Armen begrüßen. Ich sage das robotisch, weil die AfD hat, ist ja andere Meinung. Aber wir haben gesehen, wenn es um Kernkraft geht, sind die Grünen bereit, mehr Kohle zu verbrennen. Viel mehr Kohle. Wir reden von Millionen von Tonnen pro Jahr. Anstatt, dass sie die Kernkraft mit ihrer CO2-Armut einfach annehmen, wie es die Grünen in Finnland getan haben, wie es Frankreich vormacht. Und damit, glaube ich, kann man auch sehr sehen, dass es gar nicht darum geht, CO2 einzusparen, sondern dass es um weitere ideologische Umsetzungen von Ideologien und Planwirtschaft geht und dass CO2 nur das Vehikel davon ist. Weil sonst lässt sich das nicht begründen. Es lässt sich nicht rationalisieren, dass die Leute, die eine hysterische Angst vor CO2 haben, dann sagen, dass wir bis zu 15 Millionen Tonnen im Jahr mehr emittieren an CO2 bei Kohlekraft. Das ist nicht mehr erklärbar. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass es andere Gründe gibt. Ja, die Gründe, die sind, ich darf Ihnen, wie wir auch besprochen haben, die sind im Wirtschaftspolitischen, die sind im Gesellschaftspolitischen nicht mehr erklärbar. Ja, verehrte Zuschauer, es ist unsere Aufgabe. Rainer, Dr. Rainer Kraft sprach eben davon, dass er gesagt hat, die vierte Macht, was die Medien angeht. Hallo Meinung würde es nicht geben, wäre diese vierte Kraft vorhanden. Wir bemühen uns und sprechen mit Menschen, die Mitentscheidungsträger sind, die mit an der Basis der Macht sitzen, nämlich im Deutschen Bundestag. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bedanke mich bei Rainer Kraft für das Interview und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Sie und an jeden, der sich die Zeit genommen hat, zuzuschauen. Dankeschön.